Und dass er hier seinen Meisterschaftskampf gemacht hat 1933 und das ist eigentlich schon für mich, was ich weiß nicht... Aber er war doch auch ein Liebling der Zuschauer. Ja, er war ein Liebling der Zuschauer, das stimmt. Ja, das hat man gesagt, das sagen alle. Und er soll während des Kampfes den Frauen Kusshändchen zugeschmissen haben und geflirtet haben. Und das ist das, was erzählt wird. Mehr weiß ich aber auch wirklich selber nicht. Und was ist mit der Geschichte, nachdem er den... Also der Boxkampf am 9. Juni 1933, da wurde auf Unschieden entschieden und dann hat das Publikum richtig Radau gemacht. Und dieses Unschieden wurde zugunsten von Ruckeli Trollmann umgewertet und drei, vier Tage später hat dann der Boxverband, hat der Boxverband wegen undeutschen Boxen und zigeunerhaften Boxen ihm den Titel wieder aberkannt. Und dann danach, was war dann danach? Danach? Die Zeit danach, diese Geschichte mit... Ja, der Nächsten... Ja, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Gut, ja, dann muss ich es erzählen, genau. Das Stichwort ist... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ja, genau. Man weiß das nicht so genau. Er soll... Also das ist ja das und das ist ja das. Deswegen ist er ja auch der Held aller Zintis. Aller Zintis. Ich habe jetzt im Netz so viele Zuschriften gekriegt. Gestern zum Beispiel einer. Auch mein Held. Und ich bin ein Türke. Schreibt er. Mehmet. Mehmet. Weiß ich jetzt nicht mehr weiter. Also ich habe ihm gleich geschrieben mit Bild, dass ich das wunderbar von ihm finde. Ja, Papa hat Widerstand geleistet. Er hat seinen Körper gepudert, seine Haare blondiert. Da wird schon was dran sein. Aber ob das so doll, wie das manchmal im Theater ist, das glaube ich nicht. Mein Neffe sagt, er wollte die Haare, das stimmt, dass er die Haare gefärbt hat. Aber die sind nicht blond geworden, die sind rot geworden, weil er ja so schwarz war. Und das soll die Tatsache sein. Und was wollte ich jetzt... Ja, und so ist er in den Ring gestiegen. Gegen den Bilden seines Manager. Aber leider, er durfte nicht gewinnen. Die SS-Leute und SA-Leute und so weiter, die haben ihn schon vorher verwarnt. Und das hieß ja immer bei seinen Kämpfen, wenn die am Ring standen, Zigeuner leg dich. Auch was Repplinger geschrieben hat. Leg dich, Zigeuner, oder wir holen dich. Und diesen Kampf hat er schwer geführt. Aber nicht nach seinem Boxstil. Den durfte er nicht. Das haben sie gleich gesagt. Das darf nicht sein. Und dann hat ihm der... Er war ja schon K.O. Aber dann hat er nochmal versucht, seine Boxstil hervorzuholen. Aber es war zu spät. Es ging nicht mehr. Und das war ja auch der Sinn der Sache. Er sollte ja verlieren. Und so ist es auch natürlich gekommen. Ja, das war ja. Ja, das war ja.